Hallo, mein Name ist Rolf Henninges, ich bin von der Zeitschrift FUEL und wir sind hier heute im Ruhrpott, weil wir eine BMW fahren wollen. Ein wunderbarer BMW aus den Jahren 1975, aber nicht ganz original. Seid gespannt! Rolf Henning Das war der Höft. Das war der Höft. Das gefällt mir. Das war der Höft. Das war der Höft. Das war der Höft. Das war der Höft. Das war der Höft.